Wir müssen versuchen es etwas schneller zu starten, als normalerweise, so dass Sie auch schneller spüren können. Ein Teil der Informationen über die obligatorische Umgebung. So, ich glaube, dass Sie das zwischen Fitting und Forecast sind. Für A, B und C, Sie schreiben Fitting. Für F, Sie schreiben Forecast. Wie ist das? Nun, du hast eine Statistik. Dein Problem ist, du hast ein Teil der Informationen. Da, wir haben historische Daten, für die Zeit N. oder einen Teil von Ch. Okay. So, Darwia historische Daten. So, This Und da, wir haben jetzt... Ja. Und das wieder. Okay? Du hast etwas Spechel. Historisch. Data. Okay? So, da, wir haben einen Problem. So, wie gesagt, wenn du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute. So, wie gesagt, wenn du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode. So, wie gesagt, wenn du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode. So, wie gesagt, wenn du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. So, wie gesagt, wenn du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. Okay? So, wie gesagt, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose. Okay? Für diese Periode regnetst du eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose. Also, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. So, da ist es heute eine Prognose für diese Periode regnetst, du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. Okay? Okay? So, das ist heute eine Prognose. Okay? Du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. Okay? Du hast es heute eine Prognose für diese Periode regnetst. Okay? Du trägst den. Den da. Ich foresloge, dass du ein Genomsnitt oder etwas Spezial. Du gör ein Genomsnitt av alle Perioden, som ein Prognos für den ersten Perioden mit Exponential Genomsnitt. Da, wenn es gut ist, ist es 95. Okay? Ja? Das ist sehr schnell. Das ist gut. MFE, das ist rund 0. Das ist richtig, dass die Prognosen sind. Und wir benutzen MAD für die Sammlung. und die Methode für den besten finden. Das ist eine ABC-analyse. Wir haben es ein bisschen mehr ... Ich schaue den da. Ich schaue den Liger Stirling, zum Beispiel. Für die Fronten, da hast du eine ABC-analyse. Du hast wahrscheinlich ein Produkt, item Kosnade, item Brücke. Wenn du hier schaue, du hast nur für Brücke und Tetpreis. Das sind item kost oder annual Brücke. Okay? So, selbstverständlich, du hast den vierten Köln, zum Beispiel annual kost, oder Kussnade. Du hast 15,000 Köln, zum Beispiel total Kussnade. So, du hast den total Kussnade, zum Beispiel 530,200 Köln. So, da hast du total Kussnade. oder da hast du ... Prozent. Oder da hat du, um die Cumulative Kussnade. 35 plus du das 50,000 Köln und so weiter. Okay? Und da hast du rein und eine ABC-analyse. Das wichtigste ist, dass man einen Teil hat, dass man den Produkten von den, die größten kumulativ kostet hat, bis den, die mindste kostet hat. Wenn du checkt, B99 hat den größten Prozent der Kost per Jahr. Okay? So, da hat er ein Relater til Kapitel 5. Ja. Da, da hat er. Das ist ein Beispiel, dass wir die Idee haben, dass wir die Idee haben, dass wir die Idee haben, ob es item A, item B oder item C ist. Und wir können die Anzahl an den Prozent der Kost per Jahrzehnte auf die Kost per Jahrzehnte, wenn wir die Kost per Jahrzehnte auf die Kost per Jahrzehnte auf die Kost per Jahrzehnte auf die Kost. So mal liegt in 30% of only cumulative costs. So therefore you train the cumulative costs. Was it great? Yeah. Okay, so that I do I au Q. Okay, then another sub for I au Q. Okay, so then I au Q for Mulan, you can fill in then for capital F. Yeah. I'll take your file. Sorry. So there a du den si der undro su. Okay. So dar vi jobbe med den. And the point that for first I'll do I'll do I'll do dollar. Okay. I'll do I'll do I'll do I'll do I'll do you I'll do I'll I'll do 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 Yeah. I'll do do I'll do 90% If you go little up there two three 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 Okay. Okay. Yeah. Yeah. There are book or there are six and there are various and also. Okay. It up there best links punkte anything special that I use for million. Reorder point you need the man over little plus secret stock safety Okay. So that are Yeah. Yeah. So there are you. They are normal. Yeah. Yeah. You are standard for an hook. So on you trying to bar to dagger there are two del perchu. Okay. Okay. Yeah. Two. So the n perchu. Okay. So you are standard avic for n uke. or you add little it some two dagger. You have two dagger. Yeah. Okay. So there are you the information. The question is related to what we should discuss with Lean management. There are accurate what we have done today. so take me room and you have two weeks for your for your for for your your for for your for It go great. I have no extra special on there. In extra special anything that you have Okay. So for the 10 minutes of some of your four shot some Okay. But we will discuss today. Here is full activity and you a level chase Okay. So there is a level thing so we have a level production thing so we have a and we have a have and we have a lot of things are atypical of you or you Okay. So that is accurate and produce Produzieren. Okay? Au von Levis, wie ein Kombination? So da la typisch Kombination. Ja? Okay? So da na klart. Siste thing. Ja, so da wir gerade diskutiert am Ende. So in die Träforschele-Zone, Frozette-Zone, Flexible-Zone, Fri-Zone. Okay? So da wir gerade diskutiert i dag. Vi husker at det war die To-Förschte, vi bröcke bare faktisk udren und resten war Slöschi-Zone. Und ich schluten auf Tidori-Zone, det war bare Prognose, irgendetwegen mehr in Ende. Okay. Und was er vansgegriert für unskör? Der, ein siste Punkt. Wir lagen ein Masterplan auf den wo wir haben mindste Produkte. Echt so? So wie du denkst, make-to-stock via mindste Produkte für fettige Produkte. Men wie du denkst, make-to-order via mindre Produkte für rauwär. For eksempel. Ja? 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 Oder, alle, wir färdige, mäh, ledig für reservatio. So, das war wichtigste Punkt für idag. Okay. So, wir färdige für die Medaq. So, idag, der wird kurter und vonnig vis. So, um, der noch ein späschmol. So, vonnig, nein. So, bon appétit. Good appétit. for 70 bis. Okay. Vielen Dank.